Ich glaub, es war die Einsamkeit, die uns geändert für so lange Zeit, doch währenddessen waren wir allein. Und es stete auseinanderleben und es mehr und mehr für den anderen geben, hat uns zerstört, Angst nicht all. Und wenn ich heut so denk, ist es mir ganz klar, die grösste Liebe, die bringt am heut' nichts, lebst das nur für die allein. Und wenn das nicht alles vom Herd kommt, ist es nichts wert. Und wenn das nicht alles vom Herd kommt, ist es verkehrt. Du meinst, du hast es ehrlich gemeint. Und du meinst, es war ja auch dein Plan. Gemeinsam sein und nicht mehr so allein. Doch wenn doch und doch das Bild zerbricht und man schocken, schocker Licht mehr ist, wird's nicht leichter oder besser, sondern allein. Und ich war so perplex, alles war verteilt. Und wenn das nicht alles vom Herd kommt, ist es nichts wert, wenn das nicht alles vom Herd kommt, ist es nichts wert. Und ich war so perplex, alles war verteilt. Und wenn das nicht alles vom Herd kommt, ist es nichts wert, wenn das nicht alles vom Herd kommt. Und wenn das nicht alles vom Herd kommt, ist es nichts wert, wenn das nicht alles vom Herd kommt, ist es nichts wert. Und ich war so. Ja, ziell ich! Das ist dann einfach... Vielen Dank.